Hallo! Willkommen zurück zu einem neuen Part Pokémon Flora Sky! Ja, wir sind auf dieser bescheuerten Route stehen geblieben. Wo die aus lauter Gras besteht. Ich bin ja jede Route bescheuert. Und wo es Minun und Plussel gibt, was weniger bescheuert ist. Plussel sind cool. Minun sind auch cool. Ich mag Minun und Plussel. Ja, das ist aber so schlecht. Und... Ne. Oh, ein Megafies sein. Ne, wirklich. Ohne Schalz. Vor allem, wenn man sie beide zusammen spielt. Ich glaube gerade eben habe ich einen Hyper-Ball gefunden. Der eine... Brauche ich nicht mehr, aber egal. IM richtig ab. Doch egal. Kann man verkaufen. Geh weg 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 weg. Verkaufen! Wer gemacht nach vorne. Scheiße überfall! Brauche ich nicht überflüssiger Ballast! Scheiße, ich bin ja noch legendäre Pokémon. Sorry. Du fängst ja aber keins, ne? Das wäre sonst viel zu langweilig, wenn du dir jetzt als Kalten Legion der als Pokemon fangen würdest. Ich fange zu mir schon, aber nicht als Ziemetrie. Wenn du dann Pokemon fängst. Ja, das wäre... Ja, meine ich doch. Ne, ich bin mit... Ich bin mit... Ich bin mit Brown, Kyokro und... Und was weiß ich, was es da noch alles gibt. Am besten noch ein Darkrei, was da gleich mit Schlummerort, die jedes Pokemon flatt macht. Und Traumfresser. Ja, damit... Damit ist ja kein Wunder, dass ich die Liga schaffe, ne? Aber davon sind wir noch weit entfernt. Ja, ja. So, jetzt geht's an die Fahrradroute, ne? Und... Und... weiter ist, als ich in Pupen noch aussage. Ja, 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 bla, 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 ja, ja, bitte. Sein Bett wird auch und war noch hochgeladen. Guckt recht. Guckt euch das einfach mal an. Und dann sagt mir, wer das macht. Dann... Irgendwann wenn ich auch Hörby noch nehmen. Ja, 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 dich habe ich auch schon ein paar Mal besiegt. Die ein-, zweimal, wo du mich besiegt hast. Ja, ich habe auch schon... Eieieiei... Und... ...was kam jetzt? Und die Abonnenten könnt auch euch gegen mich spielen. Deine Abonnenten. De Günther! Leute! Potrutt und ich! Klasse! Boah, echt viele! Ja! Epische Idee! Oh mein Gott! Wir können ja... Und jeder hat glaube ich schon gegen dich gespielt, oder? Ich kann ja gegen 3 auf einmal antreten! Das wäre vielleicht mal übel zu spartend! 3 gegen 3! Wie findest du? Ich bin mir nicht sicher wer gewinnen würde! Da geh ich gleich wieder raus! Nein! Da gibt's doch noch so ne bescheuerte Hülle! Wo kommt man da hin? Hüllen sind eh scheiße! Hüllen sind voll unsympathisch! So sieht's doch nie aus! Und hier drin gibt's nur Hüllen! Nein, sind gut! Nicht so! Dann auch noch eine Blitzhöhle, sich überhaupt nicht leiden kann! Blitzhöhle? What the hell? Donnerhöhle! Blitzhöhler heißt... Blitzhöhler heißt... Blitzhöhler heißt... Blitzhöhler heißt... Blitzhöhler heißt... Blitzhöhler heißt... Blitzhöhler! Blitzhöhler! Oha, und alle drei Schritte kommt wieder so ein bescheuertes Pokémon! und sie fühlt sich in die die Hände ja ja in Deutschland in der Strecke 12 jetzt noch mal ab 1 ich brauche Stärke Für die Hülle brauche ich Stärke, das gut zu wissen, da komme ich da noch nicht durch. Dann laufe endlich, dann fahre ich über die Fahrradstrecke, fahre ich über die Fahrradstrecke und dann gehe. Amo. Moment. Okay, da bin ich wieder. Was lacht ihr so? Ich sag jetzt besser nix mehr. Stärke? Wieso braucht man da schon wieder Stärke? Ja, unser Herbie muss immer essen. Aber du. Oder du musst immer cheaten. Wir wollten unbedingt too many Items haben. Das hat überhaupt nix damit zu tun, okay? Ja, jetzt, jetzt. Wie kommt man da unten an das Item? Ah ja, egal. Dann mal los auf die Fahrradroute. Und wo ist der Pokémon Center? Bist du jetzt auch? Wenn du nicht raus, nach unten läufst. Oh, da ist noch ein Problem, ne? Belief? Ja, da ist ein Problem, ne? Lala, immer wieder den Ton lauter stellen. Das ist aber irgendwie scheiße. Was soll denn das? Ah, ich kämpfe gerade gegen Rottom. Oh, Rottom ist hier. Wollen wir mal so nice, ne? Und Rottom ist kein Legendäres. Ja, Rottom ist nicht Ober. Habt du kein Geschlecht? Weil es keinen abbekommen hat. Deshalb. Also nur klein und abendselig, so sieht es aus. Das war süß, Rottom ist ja so ein Glück. Trotz Paralyse mache ich doch viel grad kalt. Und das finde ich geil. Indem ich einfach immer treffe, oh, jo, jetzt verwirrt mich noch, lol. Das ist immer geil. Paralyse und verwirrt, ne? So ein scheiß Status Pokémon. I hate it. Aber ich treffe trotzdem. Das bitte. Mhm. Schöner noch mit Walzerwärts. Dreimal getroffen. Trotz Paralyse und verwirrt. Und 90% Genauigkeit. Unser Herr, der cheatet gerne. Aha. Ja. Ich weiß. Gerne. Kuhle, 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 kuhle. Das Lied ist so episch. Verdammt, ich habe keinen Trank mehr. Ja, doch, ein. Ich weiß doch was, Schmeile. Was ist los? Nein. Scheiße. Naja. Ich habe gerade meinen letzten Trank. Ah, ich habe noch einen Hypertrank, das ist auch gut. Ja, dann aber mal hier auf dem Buch. Ein Hypertrank macht wie viel, ähm, KP wieder? Oder stellt wie viele KP wieder her? 120. 120. 120, hat mal 4740 hergestellt. Naja. Unnötig, aber. Hypertrank stellt auch 120 her, Supertrank 50 und der normale 20, oder? Hypertrank war 200. Ja, ich glaube, auch 200, genau, 200. Stimmt, dann hast du, oder? 200. Mein Stoff, mein Stoff. Auch Wickel. Nett. Egal. Hier so eine Blut, die wird das schon alles wegmachen. Wer weiß? Wer weiß? Das war gerade eben, Zerschneider, oh mein Gott. Ah, ein Glück, nur Thundershock und kein Thundershock. Nein, Zerschneider ist scheiße. Wieso? Weil man da fünf Sklaven braucht. Wieso? Ich nehme da nochmal ein Team-Pokémon, weil es schön viel, ach, weil es manchmal auch echt viel abzieht. Ja, genau, 20% zieht viel ab. 20% zieht viel ab. Du bist witzig, wirklich. Du bist witzig. Ja, was? Wer gibt das denn? Wer gibt das bitte schön im Krieg? Voll. Eieieiei. So was kann ich auch nicht nachvollziehen. Hm, viel zu viele Trainer. Ja. Ich hab halt, ich hab halt so. Die Eieieiei macht halt unnötige Sachen. Ja, die Eieiei, die ist so eine Cheaterin. Wieso? Ja, wenn du eine Cheaterin bist, ohne, ohne, ohne Katzen-Nicht-Liebhaberin, das kommt noch dazu. Oh scheiße, jetzt hab ich wahrscheinlich einen großen Fehler gemacht. Eine Drogendealerin, ja, so sieht's aus. Wieso? Glück gehabt. Hanni gehört nicht mehr, Hanni gehört ihm. Aber du hast den Namen dafür gefunden, und das ist Peilschuld. Lol, wahrscheinlich hat das Feed tatsächlich noch Donnerschock drauf, aber greif mit Zerschneider an. Schon irgendwie blöd. Ich hab nämlich grad mein Schellock draußen. Ja, bitte. Ach du, Heili, das ist wirklich, ähm... Gegen wen kämpfst du denn, bitte? What? Rot is trying to learn Fire Punch. Jaa, das ist nun mal, äh, so bei dem Vieh. Wer will Feuer packen? Achso, Darugma. Wer? Achso, ich weiß nicht, wie das hier heißt. Ähm... Jaa, Sparokmada, oder? Nein, Flampian. Flampian. Flampivian. Was ist das? Jaa. Das ist aber nur das, die Vorentwicklung von Flampivian, mein junger Freund. Ich glaub, das hört sich gleich mal aus. Ähm... Flampion. Flampion. Jaa, ist doch egal. Ich glaube. Ich glaube... Doch, ist doch egal. Das kann so mal Streiter gehen. Ich flamp hier nicht eher Spezialangriff, ähm... in Spezialangriff gut. Oh nein, Statik. Ähm... Darauf war ich jetzt nicht gefasst. Oh, Schatz. Hat sie gesehen, ist nie gut, ist auch nicht gut. Ist auch nicht gut. Ist auch nicht gut. Hande, Mann. Jaa, klar. Du mich auch. Wieso? Der Pfeil? Ich... Wer denn sonst? Wenn ich laber, dann kann ich ja mal bekommen Pfeil, ne? Dann hör auf, du Pfeil. So, den kann ich mir noch rein, aber dann ist Schluss. Weil Pfeifen sollte man bei einer Aufnahme nicht, Timmy. Hör auf, mich so zu nennen. Okay, Potti. Ja, Potti hört sich besser an. Und so auch sich. Potti. Nein. So, du bist Potti. Nein. Ja. Das stimmt. Okay, Ebelsteller. Du bist ein Potti. Das nicht. Oh, Chris. Jawoll. Und so auch. Honeyrock. Honeyrock. So was von... Was glauben sie dir? Was glauben sie dir? Entschuldigung. Das tut mir jetzt da aber leid. Echt? Nein. Nein. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017